Mein Name ist David Maurer und ich komme aus der Region Basel. Ich habe mich ursprünglich für die Universität St. Gallen entschieden, weil sie einerseits einen sehr guten Ruf genießt und ich andererseits im Assessment Jahr sowohl einen Einblick erhalten konnte in die Wirtschaftswissenschaften als auch in die Rechtswissenschaften. Schlussendlich hat mir beides sehr gut gefallen und deshalb habe ich mich für den Major Learned Economics entschieden. Dieser Major lehrt uns, dass wir Probleme interdisziplinär angehen müssen, sei dies im Studium, bei der Arbeit oder auch im Alltag. Ich konnte während meinem ganzen Studium auch meinem Job nachgehen und dies wurde unter anderem deshalb möglich, weil die Universität einen sehr grossen Wert darauf legt, dass man die Möglichkeit hat, neben dem Studium zu arbeiten und die Stundenpläne entsprechend konzipiert.